Wir haben eine Premiere und zwar das Schleswig-Holsteinische Sinfonieorchester produziert, seine erste eigene CD mit nordischer Musik, wo man Bekanntes wie das Klavierkonzert von Edward Krieg hören wird, Unbekanntes wie das Klavierkonzert von Franz Bärwald und Spannendes von Karl Niesen und zwar sein Vorspiel zum zweiten Akt aus der Oper Saul und David. Wir haben zu Beginn der letzten Spielzeit mit Anna Maria Markovina, unserer Solistin, dieses Kriegklavierkonzert zusammen im Sinfoniekonzert gespielt. Es war eine fantastische Zusammenarbeit mit Peter Sommerer und mit dem Orchester und weil das so erfüllend war und so beglückend und auch so ein schöner Erfolg habe ich meinen Verleger angerufen, Herrn Günther Henssler, und habe ihm diesen Vorschlag gemacht und er war sofort begeistert und hat gesagt, oh ja, das würde er gerne machen, also er würde das gerne rausbringen. Dann hatte Herr Henssler den Wunsch, dass noch Hochzeitstag auf Trolltaugen draufkommt und wenn da noch ein Soloklavierstück ist, dann muss eigentlich noch etwas Nordisches nur für Orchester und so kam dann das Programm zustande. Wie sich das eben manchmal zufällig ergibt, hat sich eben auch der richtige Aufnahmeort ergeben, dass wir hier im schönen Allsee und in den Sonderborg aufnehmen dürfen. Und dieser Ort ist magisch. Es ist fantastisch, wenn man in einer Arbeitspause vor die Tür tritt und sieht dieses nordische Licht und den Geruch des Meeres. Man will das nicht glauben, aber es gibt in letzter Zeit nicht so viele Aufnahmen vom Grieg-Konzert. Grieg ist hochromantisch, also er kommt ein bisschen spät sozusagen, aber ich finde, dass er den romantischen Gedanken auf die Spitze getrieben hat, im positiven Sinne. Man kann schwelgen und man kann im Klang baden und man kann in diesen Harmonien und in den schroffen Gegensätzen, die auch übrigens ja nordisch sind, einen unglaublichen Reichtum finden. Ich finde, dass da sehr viele Ecken sind, die noch nicht ausgeleuchtet sind musikalisch. Und das haben wir jetzt gemacht. Wir hatten die Gelegenheit dazu. Und das ist toll. Das ist inspirierend. Ich freue mich sehr, dass wir mit Nordklang und dem Team um Johannes Karmann ein sehr professionelles und angenehmes Aufnahmeteam an unserer Seite haben. Der hat das richtige Ohr und trifft auch den richtigen Ton in der Vermittlung und das ist mit dem Team hier sehr, sehr angenehm. Das Tolle daran und warum ich CD-Produktionen sehr gerne mag, ist einfach die Fokussierung und die Konzentration aller Beteiligten. Man muss sich eigentlich in jedem Moment klar sein, dass das jetzt für immer existiert, diese Aufnahme. Ja, das ist ein Bekenntnis. Man muss dafür eigentlich noch in 10, 20 Jahren die Hand ins Feuer legen können. So habe ich das gewollt und so würde ich das heute immer noch spielen. Dankeschön. Hier, brech mal ab. Da gab es sehr, sehr viele gute Dinge jetzt in der Folge. Anna, kann ich eine Sache dich fragen? Das ist für Tats 88 und 92. Ob du ein bisschen weniger von dem Diss-Links haben kannst? Ein bisschen mehr nur was? Gut. Gleiche Stelle? Das ist eben diese Aufnahmesituation, die diesen wunderbaren Fokus erzeugt. Man hört richtig die Luft knistern. Es ist eine gespannte Stille und dann, wenn es wirklich hundertprozentig zusammen ist, es gemeinsam atmet und hoffentlich sich auch auf die Aufnahme überträgt. Das Krieg-Konzert ist weitaus wirkungsvoller und dankbarer. Aber das Bärwald-Konzert ist eine Herausforderung. Erstens musikalisch schön, hübsch, interessant, technisch tricky. Wir sind dabei, das gerade zu arbeiten und es kommen ganz tolle Momente raus, die alle erstaunen und uns noch mehr zusammenschweißt. Mit den Musikern ist es hervorragend zu arbeiten. Alle sitzen auf der Stuhlkante, alle sind konzentriert. Das ist Kammermusik auf hohem Niveau. Kammermusik mit Orchester. Na ja, das ist ja das, was das Musikerherz eigentlich erfreut, wenn man auf diese Weise gefordert ist und vor allen Dingen, wenn man gleich denkt und gleich hört und das Gleiche will. Und ich halte Peter Sommerer für einen fantastischen Dirigenten. Ihm fällt immer was ein. Er lässt Nina in der Spannung und er holt aus diesen musikalischen Ecken immer raus, was rauszuholen ist. Das heißt, ihm fällt jede Bindung auf. Und natürlich die Stimmen von außen. Der Tonmeister, ganz großartig. Johannes Kammer mit Kollegen. Wir wollen das. Man will es noch besser machen. Gerade wenn es sehr diffizile Übergänge gibt. Und das ist auch das Tolle an der Musik, dass das zum Teil unaussprechlich ist. Führen, geführt werden, führen zu lassen, das ist eben keine Einbahnangelegenheit, sondern es ist eine sehr rege Wechselwirkung. Und es ist auch ein tolles Gefühl, wenn man nachher einen Partner hat, wo man gleich schwingt sozusagen und durch die Musik fließt. Und durch diese Zusammenarbeit schaukelt sich das natürlich nach oben. Eine 16. kam nicht oder zu früh oder es war nicht pianissimo genug. Und dann macht man das und man hat sofort die Wirkung. Das ist großartig. Man ist sehr dankbar, dass man auf diese Weise so gut werden darf. Der